stark frei für den 51. Hermannslauf 31 Kilometer über 500 Höhenmeter eine richtig richtig geile Medaille. Richtig richtig geil, genau wie Sven sagte. Guten Morgen. Moin. Wir wollen heute den Hermannslauf laufen und sind gerade auf dem Weg zu den Shuttlebussen. Wir haben gerade noch schön im Hotel gefrühstückt und uns ganz entspannt fertig gemacht. Jetzt geht's los und wir freuen uns auch schon. So, jetzt sind wir am Startbereich und hier oben sieht man schon, was einen unterwegs erwartet. Und jetzt geht's los. Zum Anfang geht's dann erstmal ordentlich bergab und im Hintergrund sieht man schon, was einen für eine Landschaft erwartet. Das hier ist die Panzerstraße, wo sich die Zuschauer sammeln und die Läufer anfeuern. Jetzt erreichen wir Oerlinghausen und hier ist richtig was los. Und jetzt geht's auch wieder raus aus Oerlinghausen. Und der Wegs erwartet uns dann wieder richtig schöne Landschaft. Und nach so vielen Kilometern kommt jetzt was richtig gemeines. Einmal Treppen und dann nochmal Berge. Und jetzt sind wir auch schon beim Eisernen Anton im Bielefeld. Und jetzt sind wir auch schon am Ziel an der Sparrenburg. Über 31 Kilometer, über 500 Höhenmeter. Eine richtig, richtig geile Medaille. Richtig, richtig geil. Besser wie die Tour de France. Und jetzt wollen wir mal die Tour de France. Und jetzt kommt schon an die Tour der Schwestern. Und dann wird das bei Tour der Qualität aber auch schon zehn Tag. Und jetzt kommt es in der Wasser schon mal ein paar Tiefe. Und jetzt ist jetzt mal ein paar Möglichkeiten. Und jetzt dann noch mehr Zeit. Und jetzt haben wir's diese Möglichkeiten. Vielen Dank.